Ich freue mich sehr, dass wir soeben die nationale Strategie gegen Antisemitismus präsentieren konnten. Sie ist Wegweiser und Impulsgeber und sie steht am Beginn eines langen Weges, der vor uns liegt. Es geht darum, Antisemitismus zu erkennen, zu benennen und letztlich auch zu bekämpfen. Und zwar jede Form des Antisemitismus. Mit Beate allein werden wir das nicht besiegen können und wir werden diese Antisemitismus-Strategie gemeinsam weiterführen und hoffentlich dafür sorgen, dass die jüdischen Bürger genauso ein ruhiges Leben und schönes Leben in Österreich haben können, wie sie es sich auch verdient hätten. Wir wollen eine gesamtgesellschaftliche Lösung herbeiführen unter Einbeziehung möglichst aller Stakeholder und gemeinsam können wir diesen schwierigen Weg meistern. Ich möchte allen danken, die schon bisher diesen Weg mit uns gegangen sind und bitten, auch weiter mit uns gegen Antisemitismus aufzutreten. Vielen Dank.